Hallo und herzlich willkommen zu Teil 3. Ihr seid dabei und Abschnitt Nummer B. Darauf ist mir kein Reim eingefallen, weil B ist irgendwie blöd. Macht ja auch nichts. Ja, wir sind im zweiten Teil von Level Nummer 3, dem B-Abschnitt. Wir machen mal ganz kurz etwas, also einen kleinen Rückblick. Wir sind mitten in einer Polizeistation, um es vereinfacht zu sagen, oder eines großen Wachpostens mit Gefängnis und allen möglichen Sachen. Hier haben die Mechaniker, die uns ja in The Metal Age von Sieve 2 ganz gut beschäftigen, auch schon Einzug genommen und wir fangen an, hier mechanische Wachen einzubauen. Genau, wir sind im zweiten Stock. Wir haben jetzt gerade den gesamten zweiten Stock, wie hier alles blau markierte, abgelaufen. Das Treppenhaus nicht, weil die sind schwierig zu begehen. Dafür haben wir schon einen Schlüssel bekommen. Wir wollen aber noch einmal zurück zum ersten Stock, also beziehungsweise in den zweiten Stock, aber auf der anderen Seite des gesamten Gebäudekomplexes, um an die Geheimakten zu kommen. Dafür werden wir uns ein paar Geheimgänge bedienen. Und ja, unsere Aufgaben sind immer noch Beweismittel, die Sie, also finden Sie Beweismittel, mit denen Sie Lieutenant Hagen, den Oberboss hier, belasten können. Ich muss wieder raus. Und um es ganz einfach und logisch zu machen, schalten Sie keinesfalls mehr als fünf Wachen, keinesfalls mehr als zwei Wachen und keine Wachen aus. Diese Zahl, was auch immer sie am Ende wirklich ist, muss man sich halt ausdenken. Ich weiß es nicht. Und wir haben uns jetzt hier zuletzt in einem Büroraum versteckt und werden uns dann mal langsam auf den Weg machen. Diesmal ist auch Zoom-Maus eingestellt. Wachen dürfen wir, wie gesagt, ja nicht verprügeln. Was ein bisschen anstrengend ist, aber ist ja nicht allzu schlimm. Warten wir einmal, bis die Wache ankommt. Und ich mache mal eben meinen Sound lauten. Ich höre die Leute nämlich sonst gar nicht trappern oder husten, je nachdem. Wir schreiben das Jahr 2001, oder 2000 sogar, wo dieses Spiel rauskam. Und sie haben selbst hier gemerkt, dass es aus Gendergründen höflicher ist, auch Wachfrauen einzustellen. Mega witzig. Ja, ja, die Arme schlucken. Mal gucken, ob das gut geht. Ich weiß nämlich nicht mehr so genau, wo sie lang geht, wenn sie sich jetzt umritten hat, verkackt. Uhlala. Vom Geist? Der heiligen Weihnacht? Keine Ahnung, irgendwie sowas. So, wir sind jetzt hier nämlich wieder am geheimen Gang durch den Kamin und gehen dadurch zurück in den Trainingsraum, wo unser Seilpfeil noch stecken müsste. Perfekt. Wir werden den genutzt, G nutzen, B nutzen, um nach unten zu kommen. Hier sind wir ja schon mal komplett gewesen, aber da hatten wir ja leider den nötigen Schlüssel noch nicht, um in den Beweisraum zu kommen. Gesundheit? Das wurde auch Zeit. Ja gut, nochmal ganz kurz ein bisschen Info zwischendurch. Diese Teil-B-Teil-A-Geschichte. Ähm, ich lasse jetzt einfach mal diese zwei Folgen, also die letzte Folge mit Teil 2, die ja über eine Stunde geht, und dieser Folge, die jetzt nur eine Stunde und jetzt keine Ahnung, wie lange die zweite Folge dauert, geht, einfach mal online und ihr könnt ja dann in die Kommentare schreiben, was euch am besten gefällt. Ich selbst habe da, ja, auch so meine Meinung zu, aber ich will ja auch, dass es euch zuschauen, ihr Lieben, dass es euch irgendwie gefällt, weil, also ich persönlich finde, dieses Splitten in zwei Teile Quatsch, aber, naja, ich kann es ja sonst nachträglich auch nochmal zusammen löten, das ist ja zum Glück auch noch Teil, also etwas, was ich beherrsche, so kleine Video-Samples zusammenzuschneiden. Und dann könnt ihr einfach mal schreiben, äh, lieber super lange Folgen, das ist ja, wie gesagt, First Try, ich habe nie eine Ahnung, wie lange die Folgen wirklich werden, auch jetzt nicht, es kann auch sein, dass wir jetzt zehn Minuten fertig sind oder der ganze Teil-Quatsch egal war. Aber wir werden es, äh, dann anhand eurer Meinungen, dann eine gemeinsame Lösung finden, und dann kriegen wir das schon hin. So, jetzt muss ich mich kurz orientieren, wo ich eigentlich herkam, das ist nämlich gar nicht so leicht, weil ich, ähm, im Zentralbüro ja durch einen Geheimgang geschlupft bin, nämlich der da oben war, aber da komme ich jetzt unter Einsatz eines Seilpfeils auch wieder hin. Müsste zumindest so sein. Aber wir können ja mal gucken, es gibt ja hier noch normale Wege, die hier sind ja alle keine Wege, und wenn, dann nur von der anderen Seite zu nutzen, A, B, E, R. Abgesehen von den ganzen Wachen, die ich ja nicht auslocken darf, wegen der Missionsvorgabe, müsste da hinten rechts, nichts, ich bin jetzt hier, da ja eigentlich ein Abzweig sein, und wir wollen ja sowieso Wachpost mit Alarm. Ach ja, das war der Typ im Keller, der uns... Oh, die Fakul hat nicht ausgeschossen. Nichts. Der Typ hatte uns zwar gesehen, aber keinen Alarm ausgelöst. Das warst du, genau. Du Doofnuss warst das, weil ich mich nicht an dir vorbeischleichen kann, ohne dass du uns merkst. Genau, ach so, ja passt auf, dann ist das doch ganz logisch. Das ist ja dann auch wirklich logisch. Dann gehen wir nämlich nicht... Nicht den Weg, der Quatsch ist, sondern dann gehen wir den richtigen Weg, indem wir nämlich jetzt einfach dann hier oben den Seilpfeil einsetzen, dann müssen wir nicht nochmal an der Wache vorbei. Das Maulhof da hinten, nicht so viel. Oh, endlich ist die Rockmusik wieder da. Aber ich weiß auch nicht, was ich die Spieler wieder dabei gedacht haben. Also es kommt wirklich nicht von mir, es ist In-Game-Sound. Keine Ahnung, was es soll, aber... Naja, gut, also, gucken wir, ob man es hinkaut. Nicht ganz. Aber Rocky Gerrit... Ach, komm schon. So, weiter hoch komme ich nicht. Ach, komm Gerrit. Das geht doch bestimmt irgendwann schief, wenn mich irgendeiner hört beim Rumhüpfen. Ich fühle mich hier auf so einem schlechten Rockkonzert. Ach, perfekt, einfach mal die Leertaste gedrückt halten. So. Leute, im Ernst. Das hört es wenigstens wieder auf. Das ist keine Musik für In-Game, für Polizeiwachen gedöhnt. So, dafür haben wir jetzt... Ja, ich habe die ganzen Schlüssel zum Dokumentationsraum. Nice. Das ist ein Mechanistenbuch, das wir haben. Wartung. Das Sicherheitssystem kann für kleine Reparaturen deaktiviert werden. Oh. Der Eingabe, der Code lautet... Naja, pass auf, wir tun jetzt einfach mal so, als ob wir das machen, indem wir jetzt auf Notizen gehen. Und schon wieder vergessen haben, was die Nummer war. Verdammt. 4026. Und jetzt ab zur Schatzkammer. 4026. Wir können ja unsere Map nutzen und 4026 hineinschreiben. Okay. Jetzt muss ich zur Schatzkammer. Ich habe sowieso alles richtig gemacht. Was steht hier denn? Aktivitäten, wiederholter Ehrbruch. Ja. Okay. Und hier? Schriftstück. Ja, Lord. Ramstein. Eigentlich mein vernünftiger Name. Unterschlag, Geld, Geschäft, kriminelle Handlung. Ja, gut. Das war alles. Ich bin hier nur reingegangen, um den Code für die Alarmanlage in der Asservatenkammer zu finden. Na gut, okay. Er kann ja irgendwie verstehen, was das wichtig ist. Gut. Ja. Hier oben hatte ich ja nicht viel gefunden, außer zum Glück den Geheimgang. Ich merke, ich habe ja das Gefühl, dass das Spiel so ein bisschen hängt. Aber naja, wir sollen mal auf der Aufnahme gucken, ob sich Garrett irgendwie backend bewegt oder nicht. Mein blödes Aufnahmeprogramm hat nämlich eben gerade gesagt, ich will mich upgraden, darf ich? Beziehungsweise das hat mir nicht wirklich eine Wahl gelassen. Aber wenn das jetzt der Grund ist, weswegen das hängt, dann ist das nicht ein bisschen sauer. Aber das hat nicht so funktioniert, wie ich wollte. Na, es gibt Schlimmeres. Gut. Ja, äh, orientiere ich mich selbst. Wir müssen jetzt zur Schatzkammer. Und das geht am einfachsten, glaube ich, wieder, so wie wir es schon mal gemacht haben. Ja, aber derjenige schleicht dazwischen wieder. Ähm, wir gehen nämlich nochmal durch den Speisesad und nehmen den Speiseaufzug. Das war, glaube ich, nämlich am leichtesten. Oder wir könnten jetzt nochmal durch den Trainingsraum, aber da sind mehr Wachen. Da will ich nicht lang. Das ist immer sehr spektakulär, dass die Leute halt teilweise Dinge durchmauern durchhören. Also, ich weiß nicht, ob das halt so ein bisschen altem Game-Programmieren geschuldet ist. Aber ich finde es halt ein bisschen lästig. Aber was weiß ich schon, was habe ich schon zu sagen? So, das war der Verhörraum. Und die Wache neben mir läuft jetzt an mir vorbei. Dreht aber auch relativ bald um. Und dann gehen wir dir einfach hinterher. Und man kann sie nicht ausknocken. Das habe ich ja schon in einem verlorenen Versuch. In der Folge zuvor versucht. Sie haben ja einen Metallhelm auf, der wirklich auch physikalisch wie ein Metallhelm in diesem Spiel funktioniert. Wenn man draufhört, macht es Klonk, aber sie fallen nicht in Ohnmacht. So. Ähm. Ja, hier drin muss ich mich, glaube ich, verstecken. Oh, außer ich bin so krudel, nehme den Gang da links. Ist eine falsche Bewegung. Ja, ja, ich weiß. Das war der falsche Gang. Gut. Ich hätte die Waffenkammer nehmen sollen. Oder den Schießplatz, wo ich auch einfach durchgelaufen bin, den Knopf an der Zielscheibe gedrückt habe und da hinten den Geheimgang ausgelöst habe. Das ist halt auch indirektes Cheating. Aber das hat hier ziemlich ja niemand interessiert. Oh, oh, oh. Ja, ja, ja. Also ganz abgesehen, dass das nur programmierte Bots sind, den ganzen Tag, also wir sind eine ganze Nacht lang im Kreis zu rennen, wäre mir wirklich ein Job, wo ich brechend in die Wand steuern würde, aber gut. So, hier gibt es ja auch eine Wache, die patrouilliert. Sie ist aber gerade nicht da. Wir müssen unseren Aufzug erstmal wieder runterrufen. Da gab es ja einen schönen Zettel, dass das kein Spielzeug ist. Doch. So, und dann kommen wir hier oben wieder raus. Dann können wir diese Tür öffnen. Da ist der Wachmann. Da läuft einer und patrouilliert, genau. Und aber da müssen wir lang, also muss ich halt einmal hinter ihm hinterher. Und dann geht es da hinten, hinter ihm rechts auch schon zur Schatzkammer, beziehungsweise zu den Beweismitteln. Und alles andere hier unten, Drogenfahndung, Spiro des Sheriffs, interne Angelegenheiten, hatten wir ja alles schon gesehen im anderen Teil. Da konnte man halt ein bisschen Gold abzwacken, weil einige halt Münzen auf ihren Schreibtischen hatten. Und ein paar interessante Schilder, beziehungsweise halt ein paar interessante Schriftstücke mitnehmen. Einige waren so super lustig, wenn dann da zum Beispiel in einem zusammengeknüllten Zettel steht, tritt mich. Wenn er in einen Papierkorb geschlossen hat, merkt man, dass die auch ihren Spaß hatten. So, Garret schleicht. Die Wache ignoriert ihn, beziehungsweise zieht es mich mit. Und wir haben jetzt Zugang mit demselben Schlüssel, hoffentlich. Nein, Dietrich. Dietrich. Gut. Mit dem Dietrich Zugang zur Beweismittelnkammer oder zu dieser Beweismittelschatzkammer. Hier ist auch wenigstens mal etwas vernünftiger gesichert. Und jetzt muss ich gleich mal gucken, wie und wo und wann ich hier noch irgendwo eine Alarmanlage abschalten kann, für die ich ja einen Code gekriegt habe. Äh, ach verdammt, ich habe das Schriftstück nicht richtig gelesen. Dann hätte ich mir noch merken können, wo ich eine Alarmanlage abschalten kann. Aber schätzungsweise hier drin, denn hier sucht schon irgendwas. Oh, oh. Sehr gut. Hier kann man wenigstens das Licht ausmachen. Klang mir irgendwie nicht nach Ratte. Klar, es war ja auch ein Wasserklatschen. Aha. Da oben sieht man jetzt die komische, blöde Steuerungskamera, die halt ab und zu mal Geräusche macht, wenn sie halt auch etwas, so fast etwas wahrnimmt. Hier oben gibt es aber noch eine Alarmanlage. Die Dinger habe ich auch mal versucht, also nachdem ich dann das mit euch zusammen zum ersten Mal gespielt hatte, nochmal mich in den Leveln ausgetobt habe. Man kann die Dinger nicht kaputt machen. Also man kann da, also zumindest nicht mit den Waffen, die ich zur Zeit habe. Ähm, man kann zwar gegen schießen mit Pfeilen, aber es ändert nichts. Auch Wasserpfeile wegen Rost oder sowas ändern nichts. Sie kriegen aber... Oh. Sie kriegen aber nichts von Geräuschen. Das Einzige, was sie wahrnehmen, ist halt wirklich Bewegung. Also Licht. Ah, geil. Da drüben ist der Code, mit dem ich wahrscheinlich die Alarmanlage abschalten kann. So, dazu nehmen wir jetzt die langsamste Gangart, oder die halblangsamste. Also einfach nur Shift-W, langsames Gehen. Dann sieht uns die Kamera nicht, weil ich nicht auffalle und Lärm mache ich auch nicht. Jetzt ein bisschen. Schluss mit dem Unsinn, Jungs. Ja, nicht gut. Ach, die Kamera hat... Mach nur einen kleinen Fehler. Schluss mit dem Unsinn, Jungs, hat er vor allem gesagt. Und jetzt müssen wir mal wieder gucken, ob die Thief-Mechanik mich im Stich lässt, weil der Typ ja immer direkt auf mich zuläuft. Immer. Ja, putt, 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 putt. Hahaha, Marsch. Putt, putt, putt. Sehr gut, hat alles funktioniert. Wir konnten ihm ausweichen. Und dann versuchen wir es jetzt einfach mal auf die super langsame Gangart. Ja, Kamera fick dich. Aber warum ist es da hinten eigentlich hell? Achso, ich habe auch noch den Wasserpfeil in der Hand. Das ist nicht so praktisch, weil der ja ein bisschen leichter zu erkennen ist. Shift-W und Alt ist die langsamste Gangart im Sch... Oh Gott, jetzt... Okay, ich habe einen noch langsamere Gangart gefunden. Langsames Gehen plus Schleichen plus Geducktsein. Ich glaube, damit komme ich an allem vorbei. Das ist jetzt ohne Schleichen. Da gibt es eine Schnellspeicherung. Dietrich können wir ja schon mal anwählen, falls die Tür nicht zu ist. Dann wählen wir ihn nochmal ab. Das ist doch lustig. Ich glaube, ich habe einen super langen Arm, wenn es darum geht, Türen aus der Ferne zu öffnen. Und einen super kurzen, wenn es darum geht. Oh, Mist. Ich habe nicht gesehen, ob du einen Schlüssel hast. Hast du einen Schlüssel? Ich kann nicht... Geh vorbei, Linsen. Ich glaube nicht, dass du einen Schlüssel hast. Also wieder ducken und hier weggehen. Na gut, okay. In die Alarmanlage, Abschaltanlage komme ich offensichtlich noch nicht rein. Müssen wir mal gucken, ob ich dafür einen Schlüssel finde oder ob es dann vielleicht einen anderen Gang reingebt. Hier ist nämlich noch eine Alarmanlage. Du hast... Ah, du hast einen Schlüssel. Hoffentlich ist das nicht der Sergeant, der mich überprüft. Gierig sein. Hatte ich Erfolg mit gierig sein? Ja, hatte ich. Perfekt. Jetzt habe ich seinen Schlüssel. Ah, perfekt. Es geht auch noch an einen anderen Eingang. Dann ist ja alles gut. Huch, was war das? Garrett buckt etwas rum. Was ist das vor allem? Ein Raum, der sich öffnen lässt? Bücher. So, bitte sag mir, dass ich einen richtigen Schlüssel... Ah, schön. Tür ist offen. Garrett kann Alarmanlage deaktivieren. Mit 4026. Jetzt funktioniert das Kurzzeitgedächtnis wieder. Ich hoffe, dass das da drin alles aus ist. Dafür habe ich jetzt zumindest mal 10 Moos-Pfeile, dass ich das wenigstens akustisch klären kann hier drin. Sucht mich jemand? Oh, tatsächlich. Nicht gut. Ich sollte mich beeilen. Wieso beeilen? Sagt nicht, die Tür geht auch noch irgendwann wieder... ...zu... Schatzkammer. Geldkassette. Okay. Tja, Licht ist hier drin an. Ich habe alles mitgenommen. Aber finden Sie die Beweismittel, mit denen Sie ihn belasten können und fliehen? Na gut, wir haben uns hier oben ja auch noch nicht erstlos rumgeguckt. Garrett sagt, er soll sich beeilen. Wir haben auf alle Fälle eine ganze Menge Gold eingepackt. Sollen wir mal gucken, ob die Wachen uns wieder in Ruhe gelassen haben oder ob sie aufgehört haben zu suchen. Oh, sieht alles friedlich aus. Was habe ich denn dann eigentlich? Habe ich hier noch... Ich habe das Tuch, aber ich kann es nicht benutzen. Ich habe die Geldkassette, ich kann sie nicht benutzen. Nicht benutzen heißt, ich kann sie nirgendwo hinstellen. Okay, diese Räume sind offensichtlich einfach nur leere Räume. Wie heißt das hier? Achso, warte mal. Oh, Tresorraum. Sie finden den Schlüssel im Büro des... So, Sicherheitsbereich. Das ist das Ding. Sie brauchen einen Code, um die Maschinen zu deaktivieren. Habe ich ja zum Glück geschafft. Vorraum. Stehlen Sie die... Ja? Okay, ich hätte auch einfach mal lesen können. Mechanische Augen. Okay. Und die Beweismittel? Sind überall hier oben, oder wie ist das zu verstehen? Nein, geil. Mechanische Augen weiß ich Bescheid. Wie immer, sehr knapp. War vermutlich nur der Wind. Aha, aha, aha. Ach, Garrett, du Idiot. Gut, hier gibt's aber offensichtlich nichts, außer ein bisschen Lagerkapazitäten. Hm, wo geht er denn hin? Hm, selbe Schose. Das sind bestimmt diese mechanischen Wächter in den Kisten. So, das sind einfach nur... Ach, ach, deswegen hat der Typ mich fast entdeckt, weil er seine Patrouillenroute noch bis dahinten dehnen. Ach, keine Ahnung. Oder er geht einfach etwas wahllos, Patrouille. Ah ja, ich sehe ja schon, da ist ein mechanisches Auge. Und wahrscheinlich ist es keine Möglichkeit, unsichtbar zu... Ja, es ist keine Möglichkeit, es dunkel zu machen. Also müssen wir außerhalb des Sichtfeldes des Auges gehen. Wenn es einfach nur rotiert, ist es relativ leicht. Wenn es nicht einfach nur rotiert, ist es nicht relativ leicht, weil wir auch ein paar Wachen müssen. Aber das hat funktioniert. So, Wache? Nein. Tür? Ja. Was sind denn hier so viele nutzlose Räume? Ich bin empört. Kommt eine Wache? Da hinten kommt eine Wache. Nur ein bisschen Zeit. Warum tiger ich hier durch eine Bibliothek, in der es nichts gibt außer Bücher? Ich hoffe, dass es hier irgendwo am Ende noch irgendetwas gibt, was ich brauche. Wehe, das ist jetzt ein Nein. Hier ist aber irgendetwas... Geheim. Yo, das ist ja alles ganz schön. Also gut, okay. Ich habe immer noch keine Ahnung, was jetzt los ist. Ich gehe jetzt aber hier lang. Ach was. Ah, die Hintertür. Hätte ich, Idiot, das mal gleich gefunden. Weil hier kann man... Oh, dann hätte ich mir den ganzen Quatsch sparen können. Na egal, jetzt bin ich vor der Tor gelaufen, aber... Was ist jetzt mit den Beweismitteln? Fliehen. Tja... Tja... Lieutenant Hagen... Büro ist dieser Raum. Wachposten mit Alarm. In dem Raum war ich aber. Und da hatten wir auch was gefunden. Das hat Ding-Dungen gemacht. Das war ja nämlich sein Tuch. Zu den Beweismitteln. Zum ersten Stock. Im Verhörraum waren wir noch nicht und in den ganzen Zellen. Aber die sind ja auch nicht zu öffnen gewesen. Und der Verhörraum war auch zu Stadtgraben. Okay. Also, Tipp fürs nächste Mal. Guckt in den Räumen nach geheimen. Da müsst ihr nicht durch den Haupteingang gehen. Habt's leichter. Ja, gut. Dann gehe ich jetzt nochmal zu Lieutenant Hagen. Insofern sie mich in Ruhe lässt. Was soll denn das? Ich stinke nicht. Voll frech. So... Ähm... Hier ist das Treppenhaus. Und das ist Lieutenant Hagens Büro. Und hier hatte ich... Tagebucheintrag. Ich höre die Menschen immer wieder flüstern. Was hat Sheriff wirklich vor? Warum so auf die Unterdrückung heidnischer Trickser fixiert? Vielleicht ist der Sheriff nicht der Mann. Nach einem zweifellosen Stimmen meine Pflicht dafür zu sorgen, dass die Männer ihre Zweifel vergessen. Sheriff Gondro unterscheidet sich von allen Männern, unter denen ich bis heute gedient habe. Er steht für eine neue Zeit. Unsere Pflicht bedingungslos würde, Sheriff Gondro. Wir befehlen, meine eigene Familie in den Kerker zu schließen, würde ich seinen Befehlungen auszulassen. Warum kopiert Mosley das nicht? Sie müssen ständig alles hinterfragen. Warum kann ich einfach zu uns befehlgehorchen? Ich bin kein Wachmann geworden, um zu denken, sondern um Befehle auszufüllen. Also er ist ein Idiot. Gut, okay. So. Das kann ich dann nochmal gucken. Das ist ein Brief von geschätzter Lieutenant Hagen. Bericht, Abteilung für ihre Angelegenheiten. Interesse heute Teugeleiter reichen die Indizien nicht für eine Verhaftung aus. Handelt es sich? Ich habe meinen Erfassungsfehler. Allerdings gab es in letzter Zeit in der Tat einige Einbrüche in die Asservatenkammer. Die Diebstähle stehen hier doch in keinerlei Zusammenhang. Muss ich vielleicht irgendwas in die Asservatenkammer legen? Das Problem ist halt nur, dass es so gesehen hier keine Asservatenkammer gibt. Mosley ist auch nirgends Büro. Doch von Lieutenant Mosley auf der gegenüberliegenden Seite. Was steht denn in diesem Brief da? Ich habe euch den Befehl erteilt, das Problem mit den heidnischen Tricks und zu lösen, da ihr meine Stellvertreterin seid. Das ist heute euer Zeugnis ausgezeichnet, dass ihr ein Rätsel. Um zu verdoppeln und die Stadt von allen Heiden zu entfernen, dass mir zu Ohren gekommen ist. In längerer Zeit kleinere Diebstähle in der Asservatenkammer gegeben hat. Ich lasse augenblicklich den verantwortlichen Offizier. Ich habe so eine Ahnung, dass ich wahrscheinlich irgendwas... Ich muss ja auch was platzieren. Zumindest meinte ich davon gehört zu haben. Gucke ich einfach nochmal in die Asservatenkammer... beziehungsweise in den Tresorraum. Der Tresor ist aber keine Asservatenkammer. Und im Beweismittel... Steht hier aber einfach ohne Pfeil. Naja, ich gucke nochmal eben bei Mosley ins Büro. Ist das direkt gegenüber? Ja, ist es auch. Also das ist eine Angestellte... Was ist diese Schriftrolle noch? Name? Achso, das ist ja egal. Ach, warte mal ganz kurz. Was steht hier noch? Das ist... Stehen darauf, dass die Abteilung für innere Angelegenheit besser bewacht wird. Ach, das ist das, was er geschrieben hat. Beweise fraglich an der Zauberhand. Raum für Beweismittel. Geheimakten zu den Beweismitteln. Also was halt interessant ist, könnte diese Hintertür sein. So, was steht hier denn noch? Lieutenant, ich habe den mechanischen Schlüssel zu übergeben. Und was steht hier noch? Es wird, ich habe gesagt, schwieriger, Gartenpflanzen zu schützen. Die Hälfte der Menschen, die irgendwann schon einmal verhaftet. Hoffentlich ist der Krieg bald vorüber und der Balkon kehrt zurück. Neues Zeitalter. Um dann den Heilseher heraus. Wie bei ein falscher Alarm hat ein Notfall. Also Lieutenant Hagen, zumindest mit ihrer Pflanzenmotivation, scheint so ein bisschen heidnisch orientiert zu sein. Während einige andere hier hochgradig auf mechanische Modernisierung aus sind. Es ist nur gerade wirklich schwer zu verstehen, was das Spiel von mir möchte. Also weil die Missionsgrundlage nicht klar ist. Drogenfahndung. Die ist relativ uninteressant. Du kommst auf mich zu. Und du gehst gerade weg. Und das ist ja hier der Sheriff True Trunt. Genau, der Obermods. Da war der Obermods. Das war nur die Vase, die ich damals weggeglitscht habe. Hat seine komischen Termine. Glockenschlagtreffen mit LK, LZ, Verabredung mit Madame Nusser, Witterrissen. Aber die Sache ist halt, was ist mit diesem blöden Tuch? Das ist ja Hagens Tuch. Also das müsste ja irgendwo eine Möglichkeit geben, das abzulegen. So, was steht hier noch? Mostly wird langsam lästig. Kürzlich hat sie sogar meine Befehle in Frage gestellt. Woher kommt dieser plötzliche Wandel? Ich gebe ihr noch eine Chance. Hagen übergeben. Er mag ein schlechter Offizier sein, aber er ist klar. Wollt uns gut los. Ich frage mich nur, warum ich ja. Das ist mein Übersprachschluck irgendwie vor, den Fall abzugeben. Also, wir nehmen doch mal die Hintertüft aus dem Büro für innere Angelegenheiten. Gehe nochmal hoch zur Beweismittel und gucken, ob ich... Ich kann die... Ich muss sie ablegen. Ne, warte mal. Doch, das machen wir mal gucken. Ah ja. Okay. Ich kann die Geldkassette und das Tuch mit der Taste ablegen. Das ist halt die Frage, was ich mit der Geldkassette soll. Ob ich mir jetzt zusammenreimen muss. Es verschwinden Sachen. Es steht halt aber auch, finden sie Beweismittel, mit denen sie Hagen belasten können. Es verschwinden Sachen. Das habe ich ja... Prinzipiell habe ich die Beweismittel ja schon gefunden. Nur die Positionierung ist noch ein bisschen fragwürdig. Ist da jemand? Nein. Ach so, ja klar. Wenn du vehement fragst, antworte ich natürlich sofort. Dann machen wir jetzt nochmal folgendes. Wir gehen jetzt nochmal hoch und gucken, ob ich das Tuch von Hagen in der Asservatenkammer hinterlegen kann. Also in dem Tresorraum da hinten. Und dann die Geldkassette in seinem Büro. Jetzt hätte ich natürlich... Hätte jederseits natürlich sagen können, dass ich die Kassette nicht gleich unten hingelegt. Ich laufe jetzt aber mal hier so lang. Es ist irgendwie ein bisschen strange, aber es ist auch ein Indikator für ein altes Spiel. Dass halt manchmal die Missionen nicht so ganz klar sind. Aber so mit logischem Denken müsste das ja eigentlich funktionieren. Du gehst mir ein bisschen auf den Keks, ne? Was? Jetzt zappel nicht rum. So, wo willst du denn hingucken? Du drehst doch bestimmt gleich wieder die Richtung, oder? Ne, du bist doch nicht. Du bist doof wie Brot. Das ist okay. So. Da ist die Kamera. Die ist egal. Hier ist die Tür offen. Ich hoffe, die Maschinen sind noch deaktiviert. Hier bewegt sich nichts. Dann nehmen wir einfach mal Hagens Tuch. Perfekt. Aufgabe erledigt. Es ist eine Teilaufgabe. Genau. Ja, alles klar. Und jetzt muss ich die Geldkassette noch in sein Büro legen. Ich hab's begriffen. Schön. Die Logik siegt am Ende. Das ist toll. Es ist ein bisschen schwierig. Also wenn er jetzt stehen würde, finden Sie Beweise und platzieren Sie sie oder ähnliches. Oder halt etwas detaillierter. Hätte man ja gewusst, wie man mit diesen Infos umgehen muss. Jetzt musste man sich jetzt halt halt selber zusammenreimen. Aber das hat ja zum Glück auch ganz gut funktioniert. Gehe ich jetzt den unsicheren Weg und renne auf ihn zu. Ja. Weil halt immer noch jede Sekunde eine Wache um die Ecke kommen kann. Der nehme ich. Aber das klappt soweit. Wenn man erstmal raus hat, was man machen muss, geht das ja alles ganz gut. Ich schleiche noch hinter ihm weg. Fang an zu rennen. Ich hoffe, das war der richtige Raum. Ja, war's. Hätte ich diesen Raum gleich gefunden, ne? Ich gucke mich ja schon immer sehr gut um. Zumindest behaupte ich das einfach mal eiskalt. Aber es reicht nicht. Wo kommen diese Geräusche her? Mäuschen, ich würde dich wirklich liebend gerne umlocken, ne? Du gehst mir jetzt ganz schön auf den Putz. Aber kann ich ja nicht. Oder darf ich nicht. Ich weiß auch nicht, wie. Wenn du ein Schwert auf den Kopf haust. Du hast einen Eisenhelm auf. Kein Schirm, aber ein Schwert auf den Kopf klingt natürlich auch gleich super laut. Na gut. Also du gehst noch ein Stück geradeaus und ich biege dir nach rechts ab, ne? Können wir uns so einigen? Naja, sie schneitzt ja mit der Zunge, aber ich glaube, es ist in Ordnung für sie. So, L.A. Hagen. Hagen kriegt die Geldkassette. Und dann hoffe ich mal, dass wir das soweit gemacht haben. Es wird nichts... Doch, da. Schalten sie, schalten sie, schalten... Oh, ich habe auf alle Fälle die Haken hierfür gekriegt. Gut. Also wir haben es auf alle Fälle richtig gemacht. Hagen hat jetzt die Geldkassette aus der Aserwatenkammer und sein Tuch liegt in der Aserwatenkammer. Damit wird Hagen belastet und mostly die Heiden. Also Heiden, also die, die sich halt mehr am Pflanzen kümmert. Aber das lässt sich ja in Sieve relativ gut fraktionieren. Die Mechanisten und die Heiden. Ja, dann ist das soweit alles im grünen Bereich. So, jetzt haue ich ab. Und zwar würde ich das ganz gerne über die Offiziersmesse tun. Hier gibt es aber noch eine Wache, weil da aus der Offiziersmesse ist nämlich der Raum mit dem Teleskop. Und von da aus komme ich in den Garten. Und vom Garten komme ich in den Brunnen. Und vom Brunnen aus komme ich dann nämlich ganz gemütlich wieder nach draußen. Ich hoffe, ich muss nicht den ganzen Weg schwimmen. Aber es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen. Können wir mal gucken, was diese wunderschönen Textur geupgradeten Bäume als Objekt... Okay, naja, schön, das funktioniert. So, ab in den Brunnen mit uns. So, jetzt sind wir wieder im Brunnen. Und ich muss verschwinden. Dann gucken wir einfach mal, ob es heißt, für uns wieder zurückzutauchen. Das müsste ja für sich verschwinden bedeuten. Ach Gott, das war ja leicht. Und, haben wir alle? Ja, wir haben es gepackt. Wie schön. Nochmal eine halbe Stunde obendrauf. Es wäre also, hätten wir es fusioniert eine anderthalb Stundenfolge geworden. Jetzt habt ihr Teil A und Teil B. Tobt euch aus, was euch besser gefällt. Wir haben Verleumdung geschafft. Mit 1000 von 1300. Ich bin zufrieden. Ein Secret habe ich für übersehen. Das ist auch irgendwie in Ordnung. Und wir haben eiskalt niemanden verprügelt. Und sind auch nicht wirklich gesehen worden. Haben die Alarmanlage abgeschaltet. Level Nummer 3 hat funktioniert. Jawohl. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt euren Spaß. Ich erwarte Kommentare, ob lange Folgen oder geteilte Folgen. Und dann, wenn wir was wissen, nehme ich wieder auf. Und es geht mit Ziv 2 weiter. Das würde mich natürlich auch etwas Geduld kosten. Aber, was tut man nicht alles? Habt Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.